Es gibt ja im Moment ganz verschiedene Herausforderungen. Zum einen gibt es große Herausforderungen für Europa. Wir erleben eine Krise der Rechtsstaatlichkeit. Wir erleben aber auch wieder mal und anhaltend eine Migrationskrise. Es gibt die Krise der Niedrigzinsen. Viele Stiftungen hatten damit zu tun in der letzten Zeit, dass Budgets gekürzt werden mussten, dass es weniger Geld gibt für unsere Arbeit. Und das ist auch für uns ein Thema. Und dann ist natürlich außenrum noch Corona. Das beschäftigt alle und immer wieder und jetzt gerade wieder neu die Frage, wie können wir unter Corona-Bedingungen arbeiten? Was bedeutet das für uns in unseren Häusern? Was bedeutet das für unsere Projekte? Gerade dort, wo wir Menschen zusammenbringen wollen. Das bleibt ein großes Thema. Der Bereich Europa in der Welt bei der Stiftung Mercator hat vier Themenschwerpunkte, Handlungsfelder heißt das bei uns. Und zwei sind eher nach innen gerichtet. Da fragen wir uns, wie können wir den Zusammenhalt in Europa stärken? Und zwar über das Mittel, europäische politische Bildung gerade für junge Menschen aus benachteiligten Hintergründen zu stärken. Und wie können wir Rechtsstaatlichkeit in der EU stärken? Das sind die beiden Innenthemen. Und die beiden eher nach außen gerichteten Themen sind die Beziehungen Europas zu China und zu der Türkei, mit denen wir uns beschäftigen und die wir verbessern wollen. Und es ist die Frage, wie kann sich Europa zukunftsgerichtet, nachhaltig, multilateral aufstellen? Also wie können wir gut mit anderen Staaten zusammen die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen? Ich glaube, dass gerade in solchen herausfordernden Zeiten Zivilgesellschaft eine große Aufgabe hat und auch große Möglichkeiten hat. Denn gerade Stiftungen, die auch das Potenzial haben, wirkungsvolle Projekte zu fördern, können ja langfristig und auch unabhängig von der jeweiligen Regierung zum Beispiel oder einer politischen Lage langfristig Ziele und Projekte unterstützen. Und gleichzeitig können wir auch kurzfristig reagieren und mit einem relativ kurzen Vorlauf sagen, da entsteht gerade ein Problem in Europa oder in unserem Land und darauf möchten wir reagieren. Ich glaube, diese Weidseitigkeit von langfristigem Denken und gleichzeitig kurzfristiger Flexibilität ist ein wichtiger Aspekt unserer Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass wir noch besser ausschöpfen müssten, was uns immer zugeschrieben wird, nämlich Risikobereitschaft. Ich glaube, dass Stiftungen und auch andere zivilgesellschaftliche Akteure noch risikobereiter sein können, Dinge ausprobieren können, auch Fehler geschehen lassen, damit wir gute und innovative Ansätze finden, wie wir mit diesen vielen Herausforderungen unserer Zeit umgehen können.